Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf wen wir bis zum Ende und los geht's. Ey Kaspar! Warum weinst du denn? Was machst du? Ich bin ein Baby und mir wird die Milch geklaut. Oh nein, und wo ist die Milch? Da vorne, hinten oder was? Da ganz, ganz hinten am Ende von diesem schwierigen Parcours. Das können angeblich nur Erwachsene machen und jetzt sollen wir das schaffen. Was? Guck mal, wir sind so... Alter, ich kann Baby und ich kann Looping machen. Guck mal, man sagt so. Ja, Mann. Ja, ja, Gugu. Okay, komm. Okay, wir werden dir deine Milch zurückholen. Keine Sorge, mein Freund. Oh mein Gott, es geht auf Zeit oben. Siehst du das? Ich seh's grad. Okay, das heißt, wer schneller ist, ne? Du willst sogar vor mir ans Ziel kommen und die Milch kriegen. Das ist meine Milch. Nein, 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 die schnappen mir die zuerst. Bist du vor mir oder bin ich... Bist du hinter dir? Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ja, aber jetzt hab ich überholt. Oh mein Gott. Hey, wieso das denn? Ja, und sie wird überholt. Zack. Nix da, Alter, da sind wir genau gleich. Nein, verdammt. Warte, jetzt. Ja, bist du hängen geblieben oder was? Oh, ja, ich bin kurz hängen geblieben, aber nicht schlimm. Zack und rüber. Ja. Nein. Ja. Nein, das kostet so viel Zeit. Nein, du musst auf die Laserwände da auf. Alter, das hat so viel Zeit gekostet. Oh mein Gott, du bist ja immer noch nicht am Start. Oh, Laserwände. Na, 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 die Milch ist für mich. Ich seh dich aber, komm mal her, Kollege. Gar nicht. Ich seh dich hinten auch, oh Gott. Wieso, was ist da vorne? Nee, nichts, nichts, nichts. Ich seh dich da hinten, aber hinter mir, komm. Du bist fast fast, ich war's auch gut. Ich weiß, weil du nicht so gut bist, wie du denkst. Natürlich, ich bin der Milchliebhaber, der Profi. Ja, du bist vielleicht der Milch. Alter, der Bait. Das war ein Bait. Man konnte da gar nicht hochspringen. Nee, du musstest doch an der anderen Seite vorbei. Oh, und wer ist an der Seite vorbeigegangen? Hier, der Profi. Brox, der Profi. So, aus dem Weg. Alter, jetzt bin ich, jetzt geh ich richtig ab. Ich werde deine Milch komplett austrinken, Kasper. Ey, lass mal. Das ist auch noch Kakao, habe ich schon angemischt. Ja, ja, du wirst keine Chance haben. Ey, Mann, jetzt beruhig ich schon wieder diese blöden Wände. Ja. Ey, wenn du so weiterredest, ich habe hier einen Knopf, damit kann ich einfach auch ganz entspannt, ne? Weiß Bescheid. Jetzt. Ich habe hier einen Knopf, darf ich mal ganz schnell so eine Laserpistole, ne? Alter, wie viel Prozent hast du gerade? Äh, 22 und du? Uh, 25. Boah, du machst ja hier wirklich den, Alter, okay. Ich mache hier ernst, ne? Ja, du machst wirklich auch ernst, aber warte mal. Ich glaube, wenn du jetzt einmal runterfliegst, dann habe ich dich direkt, ich sehe dich da hinten schon. Nein, niemals, du hast mich nicht eingeholt. Ja, klar. Ich bin ein absoluter Profi. Es ist unmöglich, dass du mich einholst. Nein! Ja. Ey, nein, da habe ich... Also, ich mache hier keine einzigen Fails. Du sagst ja so, wie es ist, ne? Alter, was ist denn da? Nichts da, ich bin da... Ich bin da absoluter... Wo bist denn du? Ich bin gerade bei 28 Prozent. Ich brauche noch ein bisschen. Alter, hier ist Hagiwagi, Baby. Guck mal. Baby Hagi, oder was? Und Betty heißt hier. Ich sehe es da hinten ganz, ganz klein. Oh nein, da kommst du schon, da kommst du schon. Ich habe auch Wack auf mich. Da hin bist du. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ich kriege dich. Ich habe mich auch gewartet. Ich habe dich gleich. Niemals, niemals. Achte. Oh mein Gott. Ein Fehler von deiner Seite und das war... Oh mein Gott. Ich bin los, ich gesprungen bin. Hui. Okay, aus dem Weg jetzt. Wart mal ab. Lange hast du nicht mehr Zeit. Du hast keine Chance. Oh mein Gott. Na, berühren mal die rote Wand da. Nix da, mache ich nicht. Hä? Au. Ja. Mein Ziel, ja und überholt. Alter, wie langsam ist man, wenn man drauf geht. Ja, dann musst du auf die Wand, bis die Treppe da ist, ne? Und es wird durchgezogen. Alter, man ist da übertrieben langsam, wenn man drauf geht. Ja, Mann, ich bin drei Mal schon drauf gegangen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie lahm ich war. Alter, dann fängt der gefühlt an, wieder zu krabbeln. Okay. Und sprang. Alter, mit Salto. Oh mein Gott. Ich habe schon Stufe 40 erreicht, ne? 40 Prozent schon. Ja, ich sehe dich vor mir, ne? Du bist nicht weit entfernt. Ah, ich dachte nicht mehr der ganze Zeit. Freu dich schon. Ich hole dich gerade wieder ein. Würde ich dir nicht sagen. Aber... Oh mein Gott. Ich hole dich jetzt wieder ein. Oh mein Gott, das ist ja der übelste Bait. gewesen. Oh mein Gott. Oh. Das Speed-Ding zu holen. Na, da kommt... Ich komme immer näher, Caspar. Nein, bitte geh weg. Ich komme immer näher. Oh mein Gott. Zack, zack. Oh mein Gott. Hau ab, bitte. Ich komme immer näher. Da habe ich keine Chance. Nein. Ha? Nein, das ist ja voll schwer hier. Ja. Hä? Wie hast du das geschafft, als wenn du da direkt hochgekommen bist? Ja, aus dem Weg. Ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Tja. Aber? Ich will ja nichts sagen oder so. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin ganz, ganz nah auf deinen Fersen. Es sieht ganz schlecht für dich aus. Nein, nein, nein. Ich bin ein Millimeter hinter dir. Alter, ich sehe es gerade. Ich habe dich gleich, Kollege. Niemals. Ein einziger Fehler. Ein einziger Fehler. Ich mache keinen einziger Fehler jetzt mehr. Okay. Okay. Bin ich mal gespannt. Kein einziger Fehler von meiner Seite. So. Hier den Checkpoint mitnehmen. Okay. 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 Ist gut. Ja. Oh nein. Nein. Ich bin in die Wand. Ich bin in die Wand. Wie ich hier vorbeigehe. Das ist auch blöd. Oh mein Gott. Jetzt aber. Nein. Ja. Ja. Nein. Ich bin so langsam. Nein. Na, wie riecht die Luft da unten? Die Windelluft. Er hat einfach den Sprung nicht bekommen. Und es geht weiter. Alter, ich sehe dich. Du bist ja richtig weit vorm. Jawohl, ey. Ich hole dich ein. Kein Problem. Du holst dich hier zehnmal ein, oder was? Ja, ich hole dich jetzt ein. Guck mal, ich sehe dich noch vorne rumhüpfen. Ein Fehler, Kaspar. Ein Fehler. Ich mache keine Fehler mehr. Ich habe jetzt mittlerweile schon kein Baby mehr. Jetzt bin ich ein Teenager. Ja, genau. Das darfst du selber nicht. Ach so. So, vorsichtig hier. Guck mal hier. Ich mache eine Seite nochmal anderen. Bist du da auch schon, oder was? Oh mein Gott. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Okay, okay. Es war knapp fast ins Loch gefallen. Ja, das ist echt. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, wann man genau springt. Ich weiß, ich weiß. Wenn du da jetzt echt... Oh! Alter. Okay. Okay. Aha. Okay. Ich sehe dich. Ich bin 65 jetzt. Ich bin auf 65. Oh. Ich rieche die Milch. Ich rieche die Milch. Da hinten bist du doch schon. Weiß du Milch mit Honig. Ich komme mal näher, Kaspar. Nein, 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 nein. Doch, doch. Da fliegst du schon in der Luft. Ich sehe dich doch. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ich ziehe auch so krass durch gerade. Ich bin ja auch nicht... Alter, ich bin so schnell. Nein! Nein! Ich glaube, ich bin so lahm. Und ich bin so lahm wie eine Oma. Wieso das denn? Ey, ich bin so lahm wie eine Oma. Gott, danke für die Vorwahlung. Verdammt! Verdammt. Jetzt konnte ich ganz entspannt immer stoppen in der Luft. Nicht mehr lange. So. Also. Nein! Mann, ich bin so blöd. Ich bin direkt durchs Nächste. Also jetzt, ne? Also jetzt. Jetzt, sich noch zu kriegen. War es das für dich? Schwierig. Aber keine Sorge, keine Sorge. Ich gebe mich auf hier. Ich glaube, ein Fehler von dir. Das glaubst du doch selber nicht, dass du mich jetzt noch einholst. Na logisch. Du redest hier mit Babykrabbelprofen. Du redest hier in Baby-Sprache vielleicht. Nein. Das ist das Einzige. Das ist nicht ganz genau verstanden. Du wirst hier nicht weiterkommen. Ich seh dich gar nicht mehr. Wo bist denn du? Ja, ich bin noch ein Profi. Hey. Oh mein Gott, ich bin noch fast runtergefallen. Ich bin noch ein Profi. 80 Prozent. 80. Ich bin 79. So weit können wir nicht voneinander weg sein. Ah, schon. Die Checkpoints sind schon weit entfernt, muss ich sagen. Ja, stimmt. Stimmt. So. Guck mal hier. Ich mach ein Salto nochmal anderen. Ich bin ein absolutes Profi-Baby. Ich hab dich. Komm. Ich seh dich da ganz, ganz hinten. ganz, ganz kleinen Springer. Ich bin Boss-Baby. Ich geb nicht auf. Bis allerhöchstens. Bimbo-Baby oder so. Wenn man in einem richtigen Moment springt, fliegt man richtig hoch. Alter, ich hab so viel Boost jetzt gerade bekommen. Keine Chance. Richtig Moment springt man. Wow. Wow. Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Ja. Das ist immer mehr da. Und ich bin schneller. Yippie. Du bist langsam. Du bist langsam. Ich bin gleich hinter dir. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, aber du kriegst mich nicht mehr. Natürlich. Nee. Ich mach jetzt keinen Fehler mehr auf die letzten 14%. Ja, aber ich hol die Schotze ein jetzt. Alter, du fühlst doch gerade aus jetzt. Was ist denn das jetzt? Ja. Keine Speed Boosts und so. Die Profis sind am Start. Oh mein Gott. Oh, das war tückisch. Aber alles durch. Das hat dir ein bisschen was gekostet. Ja, ein bisschen hat mir das gekostet leider. Aber nicht schlimm. So. Oh mein Gott. Ich kann die Gewinnerluft riechen da hinten. Ich riech sie auch schon, ne? Ich riech sie auch schon. So ist es nicht. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Boah, da wolltest du. Oh mein Gott. Da wolltest du. Oh mein Gott. Alter. Wow. Wow. Du hast auch die Boost genommen. Ja. Komm schon. Alter, ich bin direkt neben dir. Oh mein Gott. Ich habe runterfallen. Oh mein Gott. Ja. Ja. Alter, ich bin nicht eingeholt. Hä, was? Du bist... Hast du mich nicht überholt? Doch. Hä, nein. Ich bin 94, ey. So bist du. Ich sehe dich. Nein. Nein. Ich bin gegen niemanden gelaufen. Ich bin gestoppt. Ich habe es ge... Bitte. Ich bin gestoppt. Bitte, lieber Gott. Bitte jetzt nur einmal noch. Niemals. Bitte. Bitte. Niemals kriegst du mich eingeholt jetzt. 97 Prozent. Ey, nein. Das kann nicht sein. Auf die letzten drei Prozent, oder? Wow. Mach was falsch. Mach was falsch. Nein. Vor meine Augen. Vor meine Augen. Und die Milch ist meiim. Ja. Das darf nicht wahr sein. Direkt in die Lücke. Mann, du hast dich schon ausgetrocknet oder was? Wie. Gewonnen. Ja, so ein Schluck ist noch drin, bis er kann zu haben. Was geht ab, Kasper? Ja, was geht's? Guck dir mal das an. Was? Wie kommen wir denn jetzt da? Ich komme hier rüber. Ich komme hier rüber. Und zwar so. Doch nicht. Du musst... Heute haben wir eine Hobby, wo wir zeichnen müssen. Und zwar müssen wir hier... Das heißt, wenn ich das hier so... Ach, das sind immer die beiden verschiedenen Ebenen. Okay, diese beiden rohen Striche. Oh. Wow. Ich fühl's gerade. Wie cool. Und jetzt kann ich ja was malen. Den Stern haben wir jetzt hier bekommen. Ja, Mann. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt müssen wir... Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wenn das jetzt geht... Wie cool ist denn das? Ihr habt jetzt den Trabi hier so hoch gemalt. Ich auch. Ihr habt jetzt auch gerne den Trabi hoch gemalt. Dinger, wie cool. Hä? Das ist richtig richtig nice gemacht hier gerade, ne? Oh mein Gott. Und wir haben doch begrenzte Tinte. Ein bisschen weiter. Ja, ich weiß. Ich weiß. Jetzt können wir hier... Ah, das ist so eine Box jetzt gerade. Oder was? Ah, man muss eine Box da... Nein. Ich hab so eine Strichelinie gemalt. Verdammt. Oh, wie easy. Ich hab gestechnete Linie gemalt. Okay, ich hab's gerade rüber geschafft. Das war richtig knapp bei mir jetzt gerade. Alter, das war aber easy. Das war aber easy. Das war easy. Okay. Ja, ging eigentlich. Okay, hier. Warte mal. Bro, das ist ja für Babys. Äh, lol. Das fällt ja auch runter. Ja, okay. Ich hab's jetzt. Lol. Jetzt bin mir runtergefallen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, das ist genau hinter mir runtergefallen gerade. Was? Als ob, als ob. Ich hab's gerade noch rübergeschafft. Okay, das sieht aus wie so ein Bouncepad, glaube ich. Kann das angehen? Ja, Bro, ich male so krasse Sachen. Pass auf. Wow. Nein. Jawohl, ich hab gut gemalt. Sehr, sehr wichtig. Zack. Und easy. Okay. Sehr gut. Hier haben wir jetzt... Was ist das da? Speed. Hä? Oh nein, das ist kein Speed. Das darfst du... Das ist nur nicht berühren. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. So. Aber easy. So, ja. Und weiter geht's. Hier müssen wir jetzt, glaube ich... Oh nein, da kommt... Ah, ich hab eine Idee. Glaubst du, wir können irgendwie was malen da oben, dass die da so mäßig... So, und jetzt? Ah! Er hab ich direkt erwischt. Okay, jetzt warte. Vorsichtig. Digga, wenn das jetzt klappt, Bro. Wenn... Oh mein Gott, das ist nicht mein Ernst. Was hast du gemacht? Mann, ich bin so ein krasser Maler. Digga, ich hab einfach so... Ich hab einfach so Wände gebaut. Für die Steine, weißt du? Jetzt kommt da keine Steine mehr hoch. Aber hier... Aber trotzdem bist du immer noch nicht oben, oder? Ich schon. Also warst du ja da jetzt eigentlich nicht schlecht. Mann, ich hab hier auch Probleme grad. Unglaublich. Ey, das nächste sieht richtig krass aus. Wie soll man das schaffen? Oh, warte mal. Ich muss noch mal malen hier. Machen wir so und dann hier einmal so. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Ich gleich schon mal ganz kurz. Zeig mal, was malst du hier? Okay, ich hab jetzt das gemalt. Mal gucken, ob das so klappen wird. Das wird eigentlich ganz cool. Ja, Alter. Alter, absolute Profi-Maler hier. Easy, peasy. Nenn mich Picasso. Digga, das ist ja wirklich für Babys hier. Ich hab halt unten gemalt. Oh, okay. Ach, man darf nicht... Man darf nicht... Ah, okay. Und es fällt runter. Okay, aber easy. Boah, hier. Voll easy. Einfach Loch gemacht. Einfach Rampe im Loch gemalt. Einfach nur so ein Strich gemalt hier. Okay, warte. Hier hab ich eine Idee. So, 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 so. Okay, easy. Rider, Dinger. Ah, nein. Oh mein Gott, das muss man so malen? Okay, dann weiß ich wie. Dann weiß ich wie. Zack. Und zack, geschafft. Ha. Also ich hab's easy geschafft beim ersten Versuch. Alter, wir kriegen sogar am Ende ein Geschenk. Das wollte ich nicht verpassen, Leute. Du wirst da drin. Das ist wahrscheinlich nicht cool. Mal gucken, ob du es schaffst. Du kannst auch mehrmals aufspringen. Ach so, das geht auch. Ach, was? Was machst du denn, ey? Was soll ich hier am Loop? Nein, Bro. Ich dachte, ich schaff's. Hier muss ich was krasses malen. Ey, was ist das? Ich schau mir nicht weiter. Warte mal auf mich. Hä? So. Ach so, man kann noch mehrmals. Okay, easy. Ja, dann ist es halt nicht easy. So, zack. Und hier der Letzte. Ah, ich verstehe. Boom. So, wieso? Was ist das noch da jetzt, Mann? Die nächste geschafft. Easy peasy, Alter. Gar kein Problem. Lol, das fährt ja von alleine dann mäßig los. Ja, ja. Los, komm rauf hier. Das ist voll schwer. Wie hast du das? Wie hat dein Ding da reingepasst? Hä? Das ist voll einfach. Voll einfach. Hä? Bro, wie hättest du reingepasst bei dir? Okay, warte mal, hier muss ich jetzt irgendwas malen, ne? Chill mal, du bist voll schnell, Bro. Du ziehst voll durch. Alter, du weißt nicht, was hier beim Letzten ist. Wieso? Was kommt da? Easy. Das ist total brutal hier. Hier, Zeichnen. Hä? Was ist das für ein Labyrinth? Ja, ja. So, jetzt muss ich hier das malen. Ah, nee, das ist falsch. Gut, dass man keine Bäre, dass noch Sachen löschen, ne? Nur so nebenbei. Okay, ich bin schon durch hier beim Labyrinth. Oh, ja. Ich bin immer ein Profi. Ich warte jetzt auf dich. Wie ein Profi gekommen. Und hier die Leiter hoch. Easy. Ja, ich hab gesehen. Sehr gut, sehr gut. Das ging so schnell eigentlich. Okay. Okay, hier zeichnen. Das ist ja gar kein Problem. Zack. Oh, die Sachen fallen aber so runter, ne? Ja, okay. Dann. So, hier nochmal. Oh Gott. Oh Gott, du hast recht, hier fallen runter. Das ist das Schwierige daran, glaube ich. Zack. Nein, nein, das ist ja übertrieben einfach. Ja, ja. Safe, 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 safe. Das ist richtig einfach. So, dann hier nochmal. Zack. 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 So. Hier, easy peasy. Den nächsten Stern hier bekommen. Zack. Zack. So, ja, ich komm auch. Alter, was soll man jetzt hier machen? Okay, warte mal. Zack. Wo muss man da hin? Ha. Ach, das ist ja alles einfach jetzt hier. Das ist ja die einfachste Orbi auf der ganzen Welt. Hier einfach so hoch, oder was? So. Jetzt sind die Babys. Zack. So, einfach hier nach oben laufen. Zack. Ah, ja gut, so hast du das gemacht, okay. Genau. Ja, absolut einfach. Oh, hier fällt es runter. Hä? Oh mein Gott, Digga. Hä? Hä, das ist doch voll einfach. Ich hab einfach eine gerade oben rüber gemacht. Ey, jetzt ist meine runtergefallen gerade. So. So. Oh. Was sind das für easy Dinger? Der Stern. Hä, hier muss ich einfach nur, das kann ich so direkt weiter. Hä? Ich brauch nicht so was malen. Ja, einfach Gefühl eine gerade Wand. Ja, wegen der Bella halt dann nur, ne? Ich hab nicht mal eine gerade Wand. Krass. Einfach laufen. Ja. Okay, auch geschafft. So, die Hälfte ist schon geschafft jetzt hier, ne? Ich auch easy. Einfach nur so kleine Räume. Das ist ja wirklich. Bro, es wird gefühlt immer leichter, da hatten wir eben viel schwierigere Sachen. Das ist wirklich echt richtig leicht gerade. Oh nein. Was ist hier? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier verschwinden die Sachen einfach. Okay. Hä? Ah. No. Imbi. Oder? Geschafft. Boah, Glück gehabt, Alter. Das ist ja, glaube ich, Glück, das ist egal. Ja, ja, genau, genau. Schnell. Ne, alles gut. Alles gut. Und weiter jetzt, weiter jetzt, komm. Oh, okay, ich hab's auch geschafft. Oh nein. Was ist jetzt hier? Ecksprünge. Ecksprünge. Glaube ich, oder? Ne, ich kann einfach hier hoch. Hä? Ich kann einfach unten durchlaufen und dann neue zeichnen. Löschen und wieder neue zeichnen. Stimmt. Wow. Das ist Schwerkraft. Hä? Das war ja absolut einfach. Muss man ganz normal lang gehen, glaube ich. So spielen. So, ich spiel nochmal runter. Ah, okay. War das sehr einfach. Hä? Hallo. Bei dem Haken war nämlich sowas, das löscht nämlich die Blöcke. Weißt du? Okay, jetzt haben wir hier. Zeichne auch den Knopf, um diese Tür zu öffnen. Oh, ach so. Ah. Oh mein Gott. Okay. Das war ja ultra einfach. Das ist aber lustig. So, warte mal. Ja. Das wird doch funktionieren, oder? Das bleibt aber leider nicht kleben. Boah, jetzt muss ich mal ganz genau gucken. So, zeichnen, alles wieder löschen, spielen. Jetzt bin ich hier. Ah, warte, ich hab's fast geschafft gerade. Das ist überleicht, Digga. Das bouncet aber die ganze Zeit nach hinten. Ah, jetzt. Wieder hier am Anfang. Spielen. Warte, kein Problem. Ey, jetzt hab ich runter. So, das heißt, jetzt kann ich hier so rüber. Zack. Der Rest ist ja ultra einfach. Man kann's einfach eine Brücke bauen zwischen den ganzen Sachen. Und jetzt muss ich einmal alles löschen. Dann muss ich einmal... Drücke... Achso, die beiden Tasten, um den Knopf zu öffnen. Das ist ja voll einfach. So, und jetzt? Welche beiden Tasten? Das sind so zwei Tasten. Oh, nee, oder? Hä? Boah, Bro, was soll man denn da jetzt machen? Oh Gott. Soll es gehen? Ich hätte eine Idee. Ja. Aber das... Ah, warte, okay. Oh mein Gott. Das fällt die ganze Zeit runter. Oh mein Gott, das wäre die verrückte Zeit. Das ist... Ey, es klappt. Nein, deine bewegt sich gerade nach oben. Schül! Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hier ist es gemalt. Hier ist es gemalt. Alter, irgendwo eine ganz, ganz verrückte Kunst... Kunststrukt... Ganz hier gemalt. Was ganz verrücktes. Keine Ahnung. Schnell runter springen. Ich glaube, ich hab's auch. Ich glaube, ich hab's auch. Gucken. So, das hier sieht jetzt auf jeden Fall auch noch nicht, das sieht auch krass aus. Oh nein, warte noch, warte noch. Ich muss hier erstmal rüberkommen. Ah! Okay, hier bin ich gerade draufgegangen. Oh Gott, ja ich hab's auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, so. Was müssen wir hier machen? Also, wenn das das ist, ist es ja ultra einfach. Das ist nicht deren Ernst. Hä? Ach so, man darfst du dich berühren. Ah, okay. Hä, es ist einfach nur ein V. Ja. Ich bin nur ein V. Wie hier? Hä? Das ist echt. Das ist echt, hier musst du eben nur was Großes machen. Also, meine Sachen sind ultra einfach, ne? Da kann ich echt nicht verstehen. Ja, ja, ich meinte das. Uh, wie bewegt sich das jetzt? Pff, ich hab aber ne Brücke über beide rüber gemalt. Ey, ich fall runter. Ich hab ne Brücke über einfach beide rüber gemalt. Hä? Ja, wie leicht war das? Ich darf hier mal kurz rüberfahren. Genau, kannst auch das machen. Genauso leicht. Zack. Also, das war ja wirklich Baby-Klucks. Das war ein Baby-Klucks einfach. Hier müssen wir, glaube ich, einfach so... Zack. Ich kann nur hoch machen. Einfach nur so haken. Oh Gott. Ist ja voll leicht. Oh Gott, meinst du, ist das runtergefallen? Oh mein Gott, das ist auch die vorletzte, ist jetzt die letzte Stage. Oh ja, ich seh's grad. Du hast riesen Geschenk. Nein, wir müssen unten auf irgendeinen Knopf drücken. Oh mein Gott, du musst selber so mäßig markieren und das muss unten drauf fallen. Ha! Wie cool ist das denn? Ich hab's noch gar nicht. Oh Gott, komm schon. Komm schon, das ist ein bisschen Glück jetzt. Das reicht, wenn du einmal klickst. Das reicht, wenn du einmal klickst. Jetzt, ich hab's. Okay. Ich hab's noch gar nicht. So, jetzt muss ich eigentlich nur... Ja, ich hab's. Ich bin einfach durchlaufen. Digga, das war ja voll cool am Ende nochmal. Ah, jetzt hab ich einen. Okay, man muss halt einfach die ganze Zeit voll auf drauf drücken. Ja, ja, einfach drücken, einfach die ganze Zeit. Und den letzten Stern. Und jetzt hier das riesen Geschenk. Und Geschenk. Yo, Rebirth. Das ist ein böses Geschenk. Mann, ey. Verdammt. Oh, Kaspar, guck mal, was? Wir sind bei Opa. Wirklich? Aber wir müssen zusammen durch Opa's Haus durchgehen. Ja, wir müssen euch zusammenhalten. Das ist ein Teamwork, Abi. Okay, hier rüber. Ja. Oh, guck mal, der hat uns das hier gerade gedrückt, damit wir hier rüber gehen können. Oh, guck, wie viele wir sind. Richtig direkt von denen, okay. Alter, das sind richtig viele. Hier geht's weiter über diese Wasserstrahl. Und pass auf, Opa ist nämlich böse geworden, deswegen müssen wir hier jetzt abhauen. Wie geht ihr alle gleichzeit, Strau? Was macht denn hier? Warte, ich kann jetzt hier die Leiter auch gehen. Hä? Ach so, und dann kannst du oben auf den Knopf drücken? Ja. Kann jetzt, glaube ich, das Ding da oben... Warte. Ist da ein roter Knopf? Ist da ein roter Knopf? Ja, jetzt. Okay, warte, nochmal, nochmal, nochmal. Ih, nochmal. Ah, warte. Jetzt. Bro, sind wir nur eine Sekunde auf. Okay. Komm durch, komm durch. Schnell, ich drück drauf hier. Okay, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So. Okay. Sehr, sehr, sehr stark, sehr stark. Gut, dass ihr gewartet habt durch mich. Das war sehr korrekt. Oh, ne, okay, guck mal, ich seh es hier. Ah. Okay. Und los. Geht's wieder durch. Okay, ich komm, ich komm, warte. Ja, die drehen ja auch gerade alle um. So. Okay, er stellt sich auch rauf. Okay. Okay, weiter geht's. Du musst du links lang, links lang, links lang, links lang, links lang. Weiter geht's ohne ihn. Was denn? Okay, links lang. Das ist hier lang angemessen. Okay, geh schnell durch, geh schnell durch. Wir müssen die abhängen. Komm. Okay, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So, hier links lang. Hallo. Was machst du denn? Komm mir aus. Aus Spaß kurz. Ich stell mich da jetzt nicht mehr rauf. Der andere steht da drauf, oder? Der andere steht da drauf. Jetzt kommt der nicht mehr weiter. Oh nein. Wir sind bei Opa. Alter. Pass auf, Wuppi kommt. Der sieht aus wie der von ab. Was ist los bei dem? Der ist der auch, der ist der auch. Oh Gott, der ist der auch. Aus dem Weg. Komm, schnell nach rechts ist hier, Kasper. Ja, ja, safe. Okay, jetzt auch recht, aber Teamwork. Hä? Ich glaube, ja. Niemals nach rechts. Doch, hier ist ein Schlüssel. Ja, ich habe ihn abgeholt. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh Gott. Und... Entsperren. Nein. Oh mein Gott, okay, geh drauf. Warte, warte. Jetzt. Okay, ja, sehr gut. Jetzt, schnell. Und... Jetzt. So. Achtung. Und spring, spring, spring. Ja. Ja, sehr gut. Okay, und das gleiche jetzt hier auch beim Roten. Okay, komm. Ja. Okay, sehr gut. Und los, geh auf, geh auf. Ja. Okay. Ja. Okay, wir müssen die anderen austricksen. Wir müssen die anderen austricksen. Okay. Okay, warte. Ich spring rauf. Jetzt. Oh, schnell. Nein. Nein, Mann, los. Lass los. Oh, du bist zu langsam. Mann, ey, hör doch auf jetzt. Komm, geh raus, geh raus. Der soll jetzt raus drücken. Komm, Moppy Master. Moppy Master. Geh raus da. Er will nicht, er weiß, dass wir ihn abhängen wollen. Der ist jetzt schlecht gelaunt. Du bist doch hier lang. Stimmt. Nee, da geht's noch höher. Da geht's auch höher. So, jetzt drück du drauf. Er rennt doch einfach. Guck mal, er geht auch nicht rauf jetzt, ne? Doch, er geht rauf. Okay. Okay. Schon korrekt. Okay. Korrekt. Weiter geht's. Und jetzt zeigt er hier. Guck mal, der hat die nicht. Ah. Ah. Ja, der muss hier rein. Juhu. Oh Gott, wir sind so gemein. Okay, aber warte. Oh. Oh Gott. Ähm. Nein. Ähm. Ähm. Ja, rot, rot, rot. Ja, danke. Jetzt blau. Blau. Ja, jetzt wieder. Ah, jetzt blau nochmal, blau nochmal. Kannst du es nicht? Glaub ich. Was sagen? So, hier, komm rauf. Gib mal blau. Blau kommt. Gib mal rot. Was machst du? Gib mal rot, blasch halt gar nicht. Blau. Tüch, direkt hier in vorne. Du musst überall rechts gehen. Genau. Jetzt rot. Rot. Jetzt brauche ich wieder blau. Blau kommt. Blau bis zum Ende. So, weiter, weiter, weiter. Ja. Ja, ja, ja. Siehste. War es so schwer oder was? Easy, easy. Fahr mich rie... Also, Digga. Mann, ey. Du wartest auch noch nicht eine Sekunde, oder? Los, jetzt war... Hier, geh rauf. Okay, und... Also, Digga. Hallo, was machst du denn? Bro, du drückst auf, obwohl ich niemand aufstehe. Du bist so ein Franker. Das ist so ein Joke, Digga. Du bist so ein Franker, Bro. Jetzt geh auf blau drauf. Jetzt geh auf blau drauf. Wir müssen hier weiterkommen. Ne. Ich geh da jetzt nicht mehr drauf. Los, jetzt. Wahrscheinlich geh ich da jetzt raus, den du mich zehnmal runterschmeißen lassen hast, oder? Hallo. Was machst du denn jetzt? Wir müssen weiterkommen. Ja, geh doch weiter. Ich ruhe euch Moppy Master zurück. Spring doch. Wieso schaffst du es nicht? Ich kann so easy auf Grün springen. Geht doch gar nicht. Ey, jetzt fahre ich runter. So unkorrekt, ne? Ja, Digga, wenn du mir nicht gönnst, dann gönn ich dir auch nicht. Es ist so schlecht, es ist so schlecht. Jetzt will ich auch drauf stehen. Ich mache jetzt. Ja, okay. So. Ja, noch nicht. Noch nicht. Okay, nein, Spaß. So, geh rauf. Okay, ich bin drauf. Sehr gut. Ab auf Grün. Komm rüber hier. Ja. Okay. Okay, weiter geht es nicht nach Runden. Ah, das ist denn zu schwer. Okay, geh rüber, geh rüber. Okay, ich geh rüber. Kein Problem. Ja. So, jetzt hier grün. Oh Gott. Ja, und rot, danke. Ich wusste es so, Digga. Ich wusste es so, so hart. Komm, ich wusste, Digga. Ich wusste es so. Ich wusste es auch. Digga. Ja. Tja, dann hast du nicht gerechnet. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt blau. Was machst du denn? Nein. Was machst du denn? Jetzt sind wir eingesperrt. Jetzt musst du dich zurücksetzen. Ey, wirklich. Wie unkorrekt kann man sein? Tschüss. Das war egoistisch. So, dann drücken wir mal auf Blau drauf. Drücken wir mal auf Blau drauf. Ja, hier. Danke. Grün. Zack. Blau. Blau. Danke. Easy, oder? Okay, was machst du? Blau. Was machst du? Blau kommt, hier. Grün. Grün kommt. Blau. Kommt. Blau. Blau. Ich steh doch. Ich brauch Blau. Hau rein. Ich brauch Blau. Du kommst doch nicht alleine weiter. Verdammt. Okay, na gut, dann komm. So, jetzt stellst du dich auf Rot. Na gut. Was machst du denn? Was machst du? Das wird dich klappen. Bro, du wirst dich dann niemals hochholen. Alter, was musst du denn? Ich weiß, jetzt wirst du mich dann niemals hochholen. Nein. Natürlich. Du wirst 10.000 Mal runtergehen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ja, dann los. So, ich geh jetzt die Leute hoch. Versprechen, aber nicht brechen, ne? Versprechen. Na gut. Finger gekreuzzt. Was soll das denn? Ich hab den Finger gekreuzzt. Was für Finger gekreuzzt, Digga? Was soll das denn? Was soll das denn versprechen? Also nicht. Ich hab gesagt, ich mach's nicht. Ich hab 10 Mal gehört, dass ich es eigentlich nicht machen muss. Ich wusste, dass ich es nicht 10 Mal hochlaufen muss. Okay, okay, okay. Jetzt komm ich wirklich. Alles gut, alles gut. Mach nicht. Mann, hör auf jetzt. Okay, aber nur, wenn du ein Like der lässt. Ja, okay. Sehr gut. Ich auch. Du musst auch ein Like der lassen, Leute. Okay, was ist das denn? Blick drauf, ja. Oh. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott, nein. Komm, du, schnell. Ich muss nur kämpfen. Wie muss ich kämpfen? Opa. Opa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Opa, hau ab. Ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn ein bisschen. Ich hab halt schon halb dauern. Nimm das, Opa. Nimm die Tennisbälle. Hier, Opa, das ist Medizin. Hier, Medizin schlucken, Opa. Opa, nimm jetzt. Oh mein Gott, was passiert mit ihm? Ich hab Opa absolut geholt hier. Ich auch. Und jetzt das Baumhaus hoch. Oh. Das coolste Baumhaus der Welt. Das coolste Opa-Baumaus. Das coolste Opa-Baumaus. Du sagst es. Oh. Alter. Wie schnell. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Hier oben, hier oben, hier oben. Ah, okay. Alter. Yeah. Oh mein Gott, guck mal. Durch was geht diese geheime Tür? Nicht, nehm ich rein. Oh. Die Oma sieht richtig gruselig aus. Das ist so eine Hexe, Alter. Aber hier, guck mal. Das ist jetzt heute mal bei deiner Oma. Das letzte Mal waren wir bei meiner Oma. Stimmt. Ja, ich weiß. Meine Oma ist einfach eine miese Hexe. Ich sag dir das. Ich sag dir das. Das ist echt richtig, die ist auch richtig eklig. Ey, die Katzen. Also wir sind hier bei... So. Hier schon mal an allen Katzen vorbei. Und letzte Geheimtechnik. So, das war's. Sehr gut, dann geht's hier weiter. Wollen wir heute mal eine kleine Challenge machen? Was denn? Was haben wir heute für eine Challenge? Wenn du drauf gehst, wenn du drauf gehst, dann musst du mir 50 Euro bezahlen, okay? Wenn ich einmal drauf geh? Sagen wir, du hast dreimal gut, also, ne zweimal. Du hast zweimal, ne einmal. Hä? Heute machen wir hardcore. Nö. Ja, und wenn du drauf gehst? Ja, wenn du, wenn ich drauf geh, muss ich dir 5 Euro zahlen, wird doch gerade gesagt. 5 Euro, ja. Wieso? Ist doch ein super Deal, oder? Was ist das denn für ein schlechter Deal? Ja, gut, dann schlag mir einen anderen Deal vor. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine Hardcore-Challenge heute hier. Ich würde sagen, jeder Tod ist 10 Euro, für beide. Oh, das ist auch krass. Okay, da bin ich mal ganz gespannt. Ich sagte, ich werde dir nicht einmal drauf gehen, du wirst dich 1 Euro bekommen. Pass auf, der am Ende mehr Tod hat, der kriegt halt das Geld aus dem Pott. Ja, okay, 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 der muss dann zahlen. Also, das summiert sich dann. Jetzt müssen wir erstmal hier den Ausgang finden, ne? Achso, das summiert sich, also, das kommt alles zusammen in einen Topf, okay. Genau, das heißt, wenn ich jetzt 5er sterbe und du 6 mal, dann kriege ich die 110 Euro. Ja. Alter, das könnte sich schon lohnen, sag mal. Ist das schon das erste Mal, ist das schon das erste Mal hier, oder? Nein, 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 hier muss man nämlich hingehen. Ich dachte schon, ich dachte schon, okay. Das dachtest du schon, ne, dass man hier nicht hingehen muss? Ja, ja, ich hatte schon... Wow, okay. Was war denn da gerade, Alter? Die Zähne bewegen sich auf irgendeiner mysteriö- Ja, 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 die sind ganz... Ganz komisch in Art und Weise. Alter, ich dachte, du gehst drauf. Hallo! Ja? Hallo! Mann, hier eine Lüftung, ich dachte, bist du blind, oder was? Hallo, ist jemand in der Tasse drin, hallo? Da ist keiner. Ist hier irgendwie eine Waffe, die ich abschließen kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Du hast ein Abzeichen übersehen. Ja, hab ich übersehen, aber mein Gott, ich will das abzeichnen. Ich will hier erstmal rauskommen, und das bin ich auch schon. Ja, ich komm jetzt auch raus, kein Stress hier. Keine Parting-Aufheit, Titanic. Du brauchst da doch schon wieder zehn Jahre, bis du da raus bist, sag mal. Nö, ich hab das draus geschafft. So, sagst du nicht neben mir, Oma? Oder sind wir in einem anderen Raum, oder? Ehrlich? Ich glaub, wir sind in einem anderen Raum, aber es sieht genau gleich aus. Oma, einfach identische Räume, ne? Sogar die Robachsküste. Oh ja, das ist so ein Labyrinth-mäßig. Oh mein Gott. Oder sind wir nur in einem Traum? Aber bis jetzt, ne? Oh, ich bin echt so fokussiert, hier nicht drauf zu gehen. Ich bin auch sehr fokussiert. Bisher läuft das ziemlich gut, muss ich sagen. Uns beide auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall auch nicht sagen, gerade. Doch, doch, doch. Also noch nix ist im Pott. Also langsam kannst du mal draufgehen, damit ich mal ein bisschen Geld bekomme. Ja, ja, ja. Langsam kannst du mal draufgehen. Ey, wieso? Gar nicht. Doch, natürlich. Oh nein, die Sägen. Vor denen hab ich ja immer Angst, ne? Die sind richtig schnell, die Säge, ne? Oh nein! Nein, die ersten 10 Euro im Topf. Verdammt. Jawohl. Nein, ey. So, wenn ich das schon mal sehen. So, jetzt nochmal 10 Euro. Die hast du dir verdient, die ersten 10 Euro sind am Start. Oh Gott, was ist hier? Hier kann man einfach durchlaufen anscheinend. Oh, hier muss man auf die Bärenfalle sogar gehen. Guck. Zeig mal, da einfach drauf. Ja. Hopp, hopp, hopp. Einfach drauflaufen, oder? Du musst einfach draufgehen. Du spielst mit dem Feuer, mein Freund. Du spielst mit dem Feuer. Ja gut, ich spiel mit den Abzeichen. Hahaha. Ja, ja, und ich spiel am Ende mit dem Geld. So, was haben wir hier noch? Du meinst mit dem Geld, was du mir gegeben hast. Ach, gar nichts. So, jetzt sind wir ganz vorsichtig. Oh, okay, okay, okay. Alles entspannt. Ich sag dir, früher oder später wirst du noch draufgehen. Nein, nein, ich sag dir, wo ist überhaupt Oma hin? Iiii, ne Kackwurst, guck mal. Äh, ist halt Oma. Oma hat mich ausgekackt, oder was? Hä? Ah, hahaha. Nein. Yippie. Warum respawn ich auch so lange? Und 10 Euro in den Topf. Yippie, yippie. Okay, also jetzt beide 10 Euro, muss ich sagen. Gleichstand, ja. Bisher Gleichstand. Das ist jetzt auf jeden Fall interessant. Oder bist du schon zweimal draufgegangen? Nein, nein, ich bin gerade einmal draufgegangen. Bist du nicht da eben schon zweimal draufgegangen? Ich bin einmal draufgegangen. Immer mit der Ruhe hier. Ja, ich guck mir dein Video an. Na ja, gut. Fabi, rausschneiden. Nehmen wir Zucker. Was für rausschneiden? Du bist zweimal draufgegangen. Ich bin nur einmal draufgegangen. Jetzt sei ehrlich, Digga. Dann musst du auf den 20. Jetzt bin ich zweimal draufgegangen. Jetzt ist das das dritte Mal gewesen, oder nicht? Nein, das ist das zweite Mal. Das war das dritte Mal. Das war das zweite Mal. Du packst 30 Euro in den Topf. Nix da, 20. Na ja, gut. Okay, also 30 Euro sind im Topf. Du führst mit 10 Euro mehr. Du musst auf das Ei rauchen. Du musst auf das Ei rauchen, musst du. Ah ja, okay. Dann, ich bin da eben schon draufgegangen einmal. So, hier rüber. Ah, nein! Verdammt! Ja! Mano, hab ich den Check-Up-Lop bekommen. Über den Knochen gestolpert. Mano, das ist doch wehgetan. Ja, ich bin hier drüben gespawnt. Jetzt hast du 30 Euro im Topf, ne? Nein, nein, ich hab 10 Euro. Nein, jetzt hast du 20 Euro, stimmt. Also 40 Euro sind insgesamt im Topf gerade. Nochmal draufgehen. So, alles gut gegangen hier. Oh nein, jeder muss einmal entscheiden. Du beim ersten Mal und ich beim zweiten Mal. Ich mach beim ersten Mal. Okay, du entscheidest ja beim ersten Mal. Warte mal, kommt hier gerade jemand, der gleich vorläuft? Nee. Nee, nee, da kommt keiner. Ich sag dir, es ist ganz rechts. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, es war richtig! Oder denken sie, die zerbrechen? Nein, nein, nein. Es ist nur eins. Ja doch, die zerbrechen. Nimm mal das in der Mitte. Es respawnt nicht. Nimm mal das in der Mitte. Oh mein Gott. Aha! Okay, jetzt musst du entscheiden. Ah! Was? Ja! Nein, es kann nur eins von den beiden richtig sein. Ja, ja, eins von beiden ist richtig. Ah! Oh mein Gott! Ey, aber das Ding ist, die zerbrechen auf alle. Weil jetzt kommt die Entscheidung. Rechts oder links? Hä? Rechts! Hä? Wieso hast du dich für rechts entschieden? Weil das viel dunkler ist. Du hast recht. Oh! Okay, okay. Also die Welt zerbrechen alle irgendwann. Boah, das Oma in megagroß. Ekel, Oma! Oh Gott, oh Gott. Hier rüber jetzt. Okay, 20 zu 20 steht es gerade. Ja, 40 Euro sind schon im Top. Deine Sorge, Kaspar. Ich hab dich im Auge, Freundchen. Ich hab dich ganz voll im Auge. Also das ist aber jetzt gerade noch relativ einfach. Also das geht gerade. Alter, guck mal die Hände an von Oma. Erst mal ab, bis Oma dich auskackt. Guck mal, die Hände von Oma, die sehen ja übel eklig aus. Äh, als sieht diese Handschuhe an. Welt. Ja, ja. Cremst du dir etwa nicht die Hände ein, oder was? Ja, ich glaub, Oma hat irgendwie ein paar Probleme mit der Haut oder so. Okay, jetzt hier schön rüber. So. Oh, nein. Wo führt das hier hin? Wo führt das hier hin? Nein. Sie sieht hungrig aus oder so, ne? Wo guckt die hin? Die guckt einmal zur Decke und einmal zum Fußboden. Äh! Äh! Was ist mit der? Die hat mich gegessen. Wieso das denn? Die hat mich aufgegessen. Ja, ich hab dich nur mal vorlaufen lassen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ne? Ja, ja. Ey, was wird der denn los, sag mal. Ja, ich weiß. Du wurdest auch gegessen. Du wurdest auch jetzt gerade hier. So, dann hier rüber. Oh Gott, oh Gott. So, 20 Euro sind, 40 sind im Topf insgesamt jetzt, ne? Und guck mal, da wurde schon unser Cousin gegessen gerade. Ah! Ah! Was muss ich denn hier rausspringen, sag mal? Ey, dass ich auch die ganze Zeit immer vorlaufen muss, ne? Musst du gar nicht die ganze Zeit vorlaufen. Natürlich, ich laufe immer vor dir. Sonst laufe ich immer vor dir. Ja gut, kein... Oh Gott. Darf man das berühren oder nicht? Sag mal. Ah! Ja, 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 ja. Okay, okay. Ah! Hier rüber. Los, pack mal den nächsten 10-Euro-Schein rein in die Töpfe. Ja, du doch auch. So, hier kurz. Oh, was? Zack. Oh! Oh mein Gott, die wackeln, die Dinger. Das sind Wackeldackel. Wackeldackel. So, okay, auch rübergekommen. Jetzt müssen wir... Oh, da ist ihr Herz. ...auf Omas Brustkorb springen. Nee. Glaubst du, die kackt uns gleich aus? Ich glaube, die kackt uns gleich mega aus. Ih, sie hat mehrere Gehörne? Also, hier sind schon einige Gehörne gegessen auf jeden Fall. Und jetzt kommt hier die Kacke. Als würde Tadeus rumlaufen. Oh nein, die Kacke. Oh nein! Iiii! 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 Du verarscht mich, ich seh' keine Schlangen. Hä? Ich weiß nur eine einzige Sache, und zwar, dass du gleich den nächsten 10 Euro Schein bezahlen darfst. Nein, nein, nein. Ich geh auf jeden Fall hier nochmal drauf. Was haben wir denn hier? Hä? Wie kannst du dir Hüte kaufen? Außen... Guck mal, da liegt Scheiße auf dem Boden. Wo? Dahinter. Da liegt doch gar nichts, du Veräppler. Entferner. Äh! Du Glatzen, Mann! Ey, gar nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sage, zu der Glatze nur so. Iiii! Ja, und ich bin so. Und ich bin so. Wie weißt du? Hör auf! Und dann bin ich so, bei dem Anblick wird mir ganz übel und ganz schlecht. Und weißt du was? Ich guck so. Oh, ich hab gewonnen. Juhu! Hä? Was? Okay, krass. Wir sind jetzt am Ziel, aber jetzt ist die Frage, wer bekommt... Wir sagen auf drei eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay? Und dann? Und wenn wir, je nachdem, wie weit wir auseinander sind, kriegt der einige... Ach, keiner weiß auch nicht, wie das geht. Also echt. Wir machen es anders. Wir machen... Machen wir das so, als Geheimtrick. Was machen wir? Ich halte eine Zahl hoch mit den Fingern. Ja. Und wenn du in der Nähe bist, plus minus 1, dann muss ich bezahlen. Nee, du kannst voll lügen. Nein, ich sage einfach unentschieden. Naja, gut. Wenn du so Angst hast, dann sagen wir einfach unentschieden. Habe ich nicht, ich bin ein Zombie, ich esse dich jetzt. Du bist eine Angsthase. Du bist eine richtige Angsthase. Okay, auf jeden Fall unentschieden. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Was geht ab, Kasper? Was geht? The Hole. Wir haben hier einfach ein mega großes Loch. Alter, guck dir mal das bitte schön an. Ich habe hier ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen, dass ich hier aus Versehen... Oh, guck mal, ich fall runter. Au. Okay, das Problem ist aber, wir gehen hier extrem schnell drauf und, oha, guck mal, was wir hier für Fahrzeuge alles haben. Wir haben so SWAT, Polizei, so Trucks, Taxi. Taxi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und guck mal. Ich habe hier auch sogar so ein Go-Kart. Aber da hinten sehe ich gerade so ein Flugzeug, Panzer, Toilette und alles Mögliche. Guck mal, mit so einem Go-Kart habe ich nur 50 Leben. Das heißt, ich gehe gefühlt direkt drauf. Und ich habe hier mit 100 Leben und gehe auch direkt drauf. Alter, da kommt mir da gar nicht rein. Okay, das ist aber gut, dass wir dann hier vorne dieses andere schon Dings frei haben. Weil wir haben das schon ein bisschen gespielt, Freunde. Und das war schon echt richtig, richtig cool. Und jetzt haben wir hier das Supersport-Auto frei. Alter, ich habe auch gehört, ich habe gelesen, das soll angeblich der Bugatti Chiron sein Ding. Aber ich... Der Bugatti? Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Bugatti. Weiß ich auch nicht, soll der angeblich sein, aber keine Ahnung. Okay, warte auf, ich bin jetzt hier gerade... Alter, was ist das hier alles für Sachen? Wir haben so Sonnenblumen. Ja, aber du kannst dich unten yeeten, ne? Falls du das mal machen willst. Damit kannst du dich so hin und her schleudern. Boah, ich sehe es gerade. Damit kann ich... Ja, du hast recht. Da kann ich einfach... Oh, die Krokodile. Ich sehe da so Krokodile. Oh Gott. Ich habe mich gerade auf so einen Noob gejietet. Das hat gar nicht gut gepasst. Das Krokodil hat mich komplett aufgefressen gerade. So, Achtung. Und... Alter, ich bin richtig schnell runtergefallen. Hast du schon erklärt, was unten auf uns wartet, wenn wir es schaffen, nach ganz unten zu kommen? Genau, Leute. Denn das ist nicht nur einfach irgendein Loch, sondern das ist das tiefste Loch in ganz Roblox. Und da unten verbirgt sich einfach ein geheimer Schatz, Kasper. Ich weiß. Und da soll angeblich... Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Da soll angeblich über eine Million Robux sein. Aber ich habe keine Ahnung. Alter, wenn das stimmt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Mythos wahr ist. Ich habe vor. Alter, nein, ich habe gerade 300 Leben verloren, als es so ein rotes Ding war. Ich bin hier schon bei so einer Regenbogenstrecke. Du auch? Ich bin auch gerade bei Regenbogen. Ich sehe dich. Ich habe mich da kurz gesehen. Da bist du. Das Ding ist, ja, du hast recht. Also unten muss ich wahrscheinlich irgendwas gerade verbirgen. Wir haben auch sogar noch die Möglichkeit, hier sogar eine Nuke zu kaufen. Das gibt es hier alles. Vielleicht machen wir das noch. Okay. Also ich sehe gerade... Alter, hier ist ein Flugzeug. Wir können einfach gleich ein Flugzeug freischalten. Das kostet 500.000. Alter. Ich habe schon das Geld dafür. Was? Wie sagst du? Eine halbe Million einfach? Alter, du Zocker. Ich kann damit fliegen, Kaspar. Warte, warte. Kannst du auch hochfliegen? Aua. Aua. Jieten. Ey. Aber kannst du das gut lenken? Nein, man kann damit nicht fliegen. Ich habe das nur geprankt. Aber das Problem ist, es hat zwar mehr Leben, aber es hat auch viel mehr Fläche, weißt du? Es hat halt diese Flügel und so. Ja, ja. Stimmt. So große Flügel. Und auch die... Nein. Es wird schon schwieriger sein damit. Alter. Was? Was? Ich hatte die Dinosaurier komplett auseinandergenommen. Der hat mir gerade 2000... Ich weiß nicht. Die sind so krass. Leben abgezogen. Oh Gott. Ich bin gerade kurz ein kleines bisschen geflogen, aber nicht besonders viel. Oh Gott. Oh. Alter. Alter, ich weiß noch nicht, was ich von dem Flugzeug halten soll. Das ist mir ein bisschen zu groß. Ich komme noch weiter nach unten jetzt. Was ist das? So, ja. Sehr gut. Ja, also wir müssen dann 36.000 oder so weit kommen. Steht da. Oder ne, wie viel? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Meine Bestzeit ist gerade 18.000. 40.000 müssen wir glaube ich kommen, ja. Ja, das stimmt. Okay, ich habe mich geheatet aus dem Weg jetzt hier. Nein, die Spinne. Oh mein Gott, die Spinne ist ja über. Der Kühe hat Glück. Bisschen Glück jetzt hier. Ey. Ey. Wieso die Spinne? Ich konnte einfach gerade in den Spinnbein, ich war in den Spinnbein und konnte einfach dann auf Chillig einfach mit der mitfahren, ob ich gar kein Damage bekommen habe. Oh Gott. Alter, jetzt war Jeaten gerade richtig wichtig. Wuhuuu. So. Ey, das ist Flugzeug. Alter, ich bin immer noch 1.500 Leben, ne? Immer noch. Ich bin bei den Regenbogensachen. Alter, das Flugzeug hat so viel Leben, Alter. Ich weiß. Wieso hast du so viel Leben? Wuii. Oh nein. Alter, die Schilder haben mir gerade so viel abgezogen. So weit unten bist du schon? Hast du Schilder? Ich bin jetzt gerade, ich habe immer noch 1.000 Leben, ne? Krass. Oh, Fledermäuse und so. Alter, Leute, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall alle Halloween gut verbracht. Rainbow. Rain. Oh, Alter. Ich komme mit diesem Flugzeug extrem weit. Ich glaube, ich habe gerade meine Bestzeit überschritten. Alter, was ist denn deine Bestzeit jetzt gerade? Äh, nein. Die war 18.000. Was macht er? Ich hatte noch 1.700 Leben und war jetzt schon Rainbow fast durch. Nein. Ja. Ich habe noch ausgestiegen. Alter, hier sind Robux. Nein. Das ist, glaube ich, wahr. Hier sind schon die ersten Robux. Als wenn. Ja, und Diamanten und so. Und Goldthaler. Ich glaube, dass diese Dinger. Alter, komm schon jetzt hier. Bitte. Alter, ich bin so weit unten gerade, ne? Smaragde und sowas. Goldbarren. Was ist hier alles? Oh mein Gott. Giraffen. Hier ist wirklich. Alter, was ist jetzt hier los? Das sind so Laser oder so. Alter, hier sind krasse Laser, Kasper. Ich komme, ich komme. Mein Flugzeug ist absolut am abstürzen. Alter, diese Lasers sind richtig OP. Da kann man gar nichts machen. Meine Bestzeit ist jetzt 28.000 einfach. Was? So weit bist du gekommen? Ich weiß. Oh Gott. Vorsichtig. Wow, ich fliege hier gerade übergut durch. Oh Gott. Alter, jetzt habe ich gerade leider voll viel Leben verloren. Ganz viel leider. Ich glaube, ich kaufe mal etwas für Robux, Leute. Weil dann bin ich extrem weit oder so, ne? Ey, diese Rehmbogentreppen, die sind schon gefährlich, Alter. Wenn die auf einmal auftauchen und so. Ey, die sind richtig gefährlich, sagst du, was ist das? Oh, komm schon bitte jetzt hier. Oh mein Gott, nein, hey. Ein bisschen. Alter, ich habe gerade 1.000 Leben verloren auf einem Schild. Ich habe 1.800 Leben bei den Schildern, Alter. Ja, das ist natürlich belastend, mein Kollege. Das hat mich belastend. Oh Gott. Vorsichtig. Alter, das zieht mir echt viel Leben ab hier, leider. Oh mein Gott, wie weit geht das noch? Au, nein. Au. Okay, ich bin jetzt gerade mit 1.200 bei den Regenbogen schon. Und durch. Ich bin dort mit durch, mit 1.200. Hier sind die Robux. Alter, und einsammeln jetzt hier erst mal. Nein. Ich habe gerade vieles Leben verloren durch ein Schild. Nicht ein einziges. Ey, was ist das? Ich weiß, die Schilder sind so krass. Wieso bist du so schnell schon wieder unten, Alter? Ich bin mit dem Flugzeug gerade geflogen. Es gibt eine Taste, die man drücken muss. Lava, es gibt eh keine Taste. Geprankt, mein Freund, geprankt. Ey, ich habe auch Bestzeit, 23.000. Alter, diese Spinne hat mir 600 Leben abgezogen, Kasper. Und die bin ich geholt jetzt einfach. Was kostet eigentlich die Yacht? 1,5 Millionen? Alter, wie viel Geld soll ich dafür ausgeben? Ich muss nur noch einmal runterfliegen, dann kann ich mir die Yacht jetzt holen gleich. Hast du so viel Geld schon? Ich habe jetzt 1,3 Millionen gerade. Ich bin einmal extrem weit gekommen. Alter, ich bleibe gerade auf jedem Ding stecken, ne? Das ist unglaublich. Auf jedem Teil. Alter. Bitte an den Dinos vorbei. Ja, ich bin an den Dinos easy vorbei. Ich sehe dich. Alter. Da bist du, ich überhole dich. Ich sehe mich. Alter, ich sehe dich. Ja, okay. Ich fliege so krass gerade. Oh mein Gott. Dieser andere Sturzflug. Oh, Alter. Alter, was geht hier gerade ab? Okay, warte. Komm schon, ein bisschen Glück jetzt hier, bitte. Ich bin ready und bin 1700 jetzt gerade. Wuhu, Achtung, aus dem Weg. Ich habe jetzt gerade auch einen krassen Sturzflug. Alter, das ist so am Abdringen gerade das Ding. Oh mein Gott. Obwohl, ich nehme gerade alles gefühlt mit. Oh mein Gott. Bist du schon bei den, bist du schon durch? Ja, jetzt bei den Schildern schon. Alter, ich habe so krass. Krass. Alter, ich bin krass am Start. 1500 Damage und fast mit den Spinnen schon durchgefühlt. Oh mein Gott, was? Ich habe auch gerade 1500 Damage. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt haben wir beide eine richtig gute Runde, Kasper. Ja, ja, safe, safe. Die müssen wir echt gut nutzen. Die bringt richtig viel Geld. Nein, ich war stark auf der Tür, verdammt. Ja. Oh Gott, ja, komm schon. Fledermaus, Spinne. Ja, hier ist es. Zack, 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 zack. Ich bin jetzt auch bei den Robux schon. Du hast mich überholt, du hast mich überholt. Du hast mich überholt, hä? Was? Alter, was? Und ich habe immer noch 1000 Leben. Ich habe 700 Leben bei den Robux jetzt erst. Jawohl, Alter. Ich werde so ein Rekord brechen, Alter. Oh mein Gott, jetzt komme ich gerade krass durch. Wenn ich meinen Knopf auf Yeet habe, wird alles gut. Oh mein Gott, ich rutsche gerade so krass durch. Ich habe gerade auch richtig Glück. Alter, was passiert? Ich bin jetzt bei den Lasern. Ja, Mann, ich auch. Ich bin bei den Lasern. Ich auch. Wie, du auch? Ich auch, ich konnte so gerade krass durchrutschen. Alter, die ziehen voll viel Leben ab. Hä? Alter, sind das für andere Teile? Die berühren mich ja nicht einmal. Nein, Bro, die mich ja inzelt berührt. Was? Okay, also um diesen Schatz zu bekommen, da waren gerade so krasse... ...dingen. Brauchen wir die Yacht. So krasse Messer. Alter. Da brauchen wir auf jeden Fall die Yacht. Oh mein Gott. 5.000 Leben. Wie fährt man damit? Wow, Torpedo. Ey, die ist auch viel besser, weil die hat einfach Spitzes. Wie so ein Dart-Pfeil. Nicht diese Flügel. Genau. Ich bin jetzt auch gerade hier. Ich bin Kapitän Brox aus dem Weg hier. Die hat auch 5.000 Damage. Ja, ja. Also nicht Damage, Leben hat die. Ja, schaden den Dings hier, Leben hat die. Hey! Alter, wir sind beide nebeneinander. Ich konnte gerade mal hier einsteigen. Alter, ich war da kurz stuck. Hä? Du bist genau neben mich gefallen. Ich hab dich weggeheatet. Wie viel Leben hast du noch? Oh nein, Alter, ich lande... 4.000. Ich bin voll viel verloren. Bist du ja unter 4.000 jetzt. Aua, 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 aua. Ich muss einfach Glück haben. Ich weiß, ich weiß. Gott. Nein, nein, du musst schon ein bisschen können haben. Mit dem Heaten und so. Ja, 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 ja. Was? Ich hab gerade 3.000 Leben verloren. Und bin tot. Oh mein Gott, was? Wobei, was ist das? Mich hat so ein Ball mitgenommen oder so. Du hast halt eingeklemmt. Okay, das reicht mir. Ich hole mir jetzt... Was ist das hier, die Toilette? Oh mein Gott, ich komm hier gut durch bei den Rainbows. Banane? Das sind durcheinander, ja. Alter, der Bus. Ah, der hat aber ein geheimes Leben. Warte, was kostet denn... Oh mein Gott, was? Also die Banane kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Und gefühlt ist alles voll teuer. Das gefühlt, äh... Hä? Ich krieg ja gefühlt mehr, wenn ich jetzt mit der Yacht legit runterfahre. Oh nein, aber dafür dauert die Yacht auch... Alter, ich hab... Der Sensenmann hat mich geschlagen. 2.000 Damage verloren. Was? Tja. Was? Ich hatte 2.000 Damage Schmierer. Den hab ich gerufen. Den hab ich gerufen. Ich wollte, dass er dich holt. Alter, ich bin jetzt grad richtig gut durch. Ich bin jetzt hier bei den Donuts mit 4.600 Leben. Ich bin ausgestiegen aus der Yacht und bin einfach selber ein bisschen droppermäßig gesprungen. Alter, das war auch knapp. Ich bin auch gut durchgekommen. Alter, manchmal bleibt man so unnötig hängen und verliert richtig schnell Leben. Man muss richtig schnell reagieren. Ich weiß. Ich weiß. Schon wieder? Ich bleib grad mit deiner Yacht bleib auf Stecken. Ja, irgendwie ist die nicht so krass. Aber die hat dafür viel Leben, weißt du? Immerhin. Ja, ja, die hat richtig viel Leben. So, ich bin jetzt, Alter, ich bin mit 3.000 Leben jetzt hier noch bei den Dingern. Oh mein Gott. Bei den was? Bei den Rainbows? Ja, ich bin mit Rainbows gerade mit 3.000 Leben. Krass, krass, krass. Okay. Alter, der geht hier gefühlt auf jedes Ding rauf. Okay, jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ja, gut, 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 gut. Gut. Ich komm gut durch. Ich komm sehr gut durch gerade. Alter, ich bin auch Rainbows mit 3.600 Leben noch, ne? Oh mein Gott. Jetzt sind hier... Rainbow, komm. Ganz stabile... Ey, berühr bloß nicht den Sensen, Mann. Ich weiß, der ist ganz gefährlich. Der ist auch so in der Hand, ne? Also ich berühr aber gerade jedes Objekt, das hier existiert. Ich auch, was ist das? Für die Tür hab ich richtig mitgenommen, leider. Dann noch eine Tür. Da ist einer mit dem Auto. Wie ist der so weit runtergekommen, Junge? Der ist jetzt im Caprio. Ist der echt hier mit dem Caprio, oder? Digga, der ist hier unten bei den Spinnen mit dem Caprio, musst du dir vorstellen. Alter, ich hab immer noch 1.600 Leben, ne? Krass, bist du schon beim Sensen, Mann, vorbei und so, Spinnen? Ich bin jetzt bei den... Alter, mir hat die Spinne 800 Leben abgezogen. Ich kann gar nicht reagieren. Jetzt bin ich für Robux mit 800 Leben. Ich hab nur noch 1.600 und bin auch weg bei Robux. Weniger als mit dem Flugzeug. Meine Achter ist gefühlt gar nicht mehr richtig da. Die ist schon gefühlt kaputt. Die Spinne kekt mich, Bro. Was ist das? Ich weiß. Die ist richtig... Die böde Spinne, Alter. Oh mein Gott. Ich wurde gerade von dem Geld fast... Guck mal, ich bin jetzt hier gerade bei den roten Lasern und werde direkt sterben. Und... Ich seh auch gerade, guck mal, rechts. Und zack, ja. Die Hälfte, die Hälfte hast du schon. Ey, du bist mehr als die Hälfte. Ja, ich bin jetzt auch gerade draufgegangen. Ich hab eben schon 30.000 gehabt. Oh, okay. Da fehlt mir noch Dingens. Aber man kann sich hier echt nicht Dings... Also Gold ist ja immer verdammt teuer. 500.000 für 150.000. Man kann sich auch kein Dings kaufen, ne? Was ist denn mit... Oh, Laser. Alter, doch. Was kann man? Oh mein Gott, was ist hier? Die kostet 600 Robux. Was willst du holen? Was ist das? Was ist das hier für ein Ding? Die goldene Jet. Die kostet 800 Robux. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall hier diesen richtig krassen Panzer, Alter. Für 800 Robux. Kasper, der hat... Alter, ich will aber einsteigen. Ja, steig ein. Der hat 500.000 Leben. Guck mal, ich stehe hier. Bereit machen. Ich stehe hier neben dir. Hä? Ach da. Ach so, gar nicht gesehen. Okay, warte. So, steig ein. Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Warte, wie kann man da rein? Kann man da irgendwie rein? Oh mein Gott, ein Panzer fährt mal alleine. Nein, als wenn. Alter, jetzt bin ich gespannt, ne? 500.000 Leben. Mal gucken. Der hat 500.000 Leben? Der hat 500.000 Leben. No way. Mal gucken, wie weit ich mit diesem Panzer runterkomme. No way hat der 500.000 Leben. Alter, Digga, da habe ich ja keine Chance. Ja, guck mal. Ich werde jetzt hier kommen. Ich werde mir jetzt den Schatz holen. Gar nicht. Der Schatz ist schon so gut wie in meinen Händen. Gar nicht. Doch. Ey, was ist mit dem Boot los? Das Boot ist echt komisch. Ich weiß. Das ist ganz... Ich kann nicht mehr reden, ey. Das ist ganz merkwürdig. Guck mal, rechts, wie du da durchfliegst. Hast du überhaupt schon Damage bekommen, Alter? Hast du schon irgendwas berührt? Ich habe 3000 Schaden habe ich schon bekommen. Das tut mir schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Ey, und ich kriege hier die Krokodile, Digga. Die ziehen mir wieder 1500 Damage raus. Nichts, Alter, mein. Da muss ich echt aufpassen. Komm schon. Was für aufpassen, Digga? Dein Ding hat für eine halbe Million Leben, Alter. Du musst gar nicht aufpassen. Du kannst einfach chillen. Okay, ich bin ja echt gespannt, was der für ein Schatz sich verbirgt, ne? Alter, die Laser. Die tun schon ein bisschen weh. Nein, nein, nein. Au. Alter. Ich komme im Gefühl nicht mehr weiter. Wie? Hinge fest. Nein. Du kannst dich heaten, ne? Denk dran. Ja, ich bin das Wasser. Ja, ja, ich yeete mich. Okay, ich habe jetzt noch 480. Alter. 480.000. Digga, das ist so viel Leben, Alter. Ganz schön. Aus dem Weg. Alter, hier sind so Feuerringe. Was ist denn hier los? Du kommst, ich sehe rechts nur. Du bist schon gleich bei 35.000. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin durch den Feuerringen gerade durch. Alter, Sägeblätter. Yeeten. Okay. Die Sägeblätter haben auf jeden Fall auch gut Schaden. Alter, das ist jetzt hier so Hammer. Alter, was passiert hier mit dem gerade? Ich habe 470.000 Leben noch. Alter, und du hast jetzt 30. Aber guck mal, du musst dir mal vorstellen, da hast du 30.000 Leben bis dahin verloren. Also wie? Alter, was ist da unten? Da ist irgendwas. Da steht irgendwas krasses. Super Fun. Wenn du jetzt irgendwas krasses bekommst da auch. Boah, Alter, ich bin in so einem... Alter, das ist hier los. Die hat viele Pads und so. Ganz viele Haustiere. Als wenn, als wenn du sowas kriegst. Ja, ja. Und hier ist auch so ein... Aua. Ey, ich klem hier ein bei der Brücke. Hier ist so ein Alien. Oh Gott. Und ganz viele Thaler. Und eine Piñata. Okay. Oh mein Gott. Warte. Ey. Ich gehe hier gefühlt auf jedes Objekt drauf. Ich bleibe auf jedem Ding gerade kleben, wie so ein Magnet. Du hast ja aber gleich den Schatz, sehe ich gerade. Du bist bei 35.000. Hier wird doch mal Zeit. Ich falle schon seit drei Jahren runter. Alter, ich habe das Gefühl, der Panzer war ein bisschen Overkill, ne? Ich habe nur noch 470.000 Leben. Alter, wie krass war der? Der war echt zu stark. Bist du nicht mal unten? Oh nein, oh nein. Ich glaube gleich, ja. Ich glaube, ich bin gleich beim Schatz. Ja. Robux. Oh mein Gott. Ich sehe doch auch die Robux. Hier ist ein Schatz. Big win. Nein, als wenn. 100 Millionen. Was? Was? Laber nicht. Du hast 100 Millionen bekommen? Ich kann uns einfach die Toilette kaufen oder so, steht da gerade. Ey Leute, ich hoffe, ich habe euch hier dieser krasse Schatz gefallen. Das war auf jeden Fall gerade echt mega, mega krass. Wenn ihr auf einmal mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mir hier das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.